Vajo Nishkasana ist der Windentferner im Hocken. Gib die Fußsohlen auf den Boden, Zehen nach außen, greife deine Füße von innen und Becken ist unten und dann wölbe den Brustkorb nach vorne. Angenommen du hast Blähungen und hältst die Stellung eine Weile, dann wirst du nach einer Weile wissen, warum diese Stellung Windentferner heißt.